Das ist ein Kaufvertreter, zusammen verteilen dich. Also, willst du einen? Also, ich nehme, ich nehme. Wenn du wirklich zwei nimmst, nehme ich. Aber ich muss jetzt eben gerade schauen, wo ist jetzt der andere? Der Bär da noch. Nehmen Sie den? Und dann? Noch eins? Ja, bitte. So. Aber du musst. Den wird man verkackt. Diesen? Ähm. Die, ähm. Ah, ja. Ja, jetzt noch mal. Ah, nein, nein, nein. Ja, es muss einfach sein, weißt du? Ja, es muss einfach sein, weißt du? Denkst du ja mich etwas abschauen? Ja, genau. Es gibt ja auch etwas. Ja, sonst muss ich eine halbe Kacken oder? Ich muss es genau anschauen, was das ist. Ich muss es einfach sein, was ich dann auch finde. Ja, es ist ja. Ja, okay.